ja also jetzt schlägt halt echt mal 13 das geht halt mal gar nicht was ich hier schon wieder für ein Müll bringe ja also das ist echt also wow da muss ich sagen dass ihr nicht schon längst gesagt habe warum empfehlt er das nicht schon lange mal herzlich willkommen bei der Manga Empfehlung so sieht es nämlich mal aus Mann ich ärgere mich echt warum ich diesen Manga nicht schon längst in der Manga Empfehlung gebracht habe das ist das ist ein Frevel für mich oder vielleicht habe ich es getan ich habe es jetzt einfach komplett übersehen aber ich glaube nicht ich habe alle meine Manga Empfehlung durchgeguckt und ich habe nicht einmal das aufblitzen sehen ich glaube ich habe es öfter mal bei der bei dem privaten Einsatz Manga Parts gemacht aber die schaut auch nicht jeder deswegen Manga Empfehlung ja und worum geht es ja es geht einfach mal um glaube ich einen Titel wo viele wo die als erstes drauf geguckt haben gleich mal gesagt haben das ist schon wieder so edgy und so ne sowas gucke ich nicht an sowas lese ich nicht das ist voll voll und es ist eh wieder dieselbe Scheiße und es ist also quasi im Grunde hey da ist eine eine Hand vor Urteil hier nimm so ungefähr und ja natürlich wenn man das Cover sieht von Minimum von Egmont denkt man natürlich erst mal jo gut ne Traumfrau kommt aus der Computer und juhu dann schaut man sich das Genre an und denkt Fantasy Science Fiction da steht jetzt nirgendwo was von Romance oder Comedy und warum ist das so das ist deswegen so weil der Manga tatsächlich mehr drauf hat als das Cover vielleicht aus vielleicht aussagen würde was ja normal ist weil das Cover ist erstens mal immer so ein bisschen so direkt das Eye Candy ne das muss toll aussehen am besten nügend nackig Mädel drauf oder so da hast du schon mal gute Punkte das macht der zweite Band auch nicht viel anders und der dritte Band den ich jetzt bisher als letztes habe ich weiß man viel ist draußen wird auch noch kommen der macht es auch nicht viel anders warum ist es trotzdem more than meets the eye ganz einfach Minimum fängt harmlos an wir haben einen totalen Loser Typen ja der eine gewisse andere Serie erinnert bzw ich will nicht so viel mehr vorne weg hören auf jeden Fall wir haben einen totalen Loser Typen mit Brille ne also mich und ähm der Typ ja ne der hat sich glaube ich in irgendeinen verliebt bla 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 aber das dreht sich gar nicht darum ist es nicht dieses typische er sich darum verliebt aber kriegt die nicht und deswegen kommt jetzt ein Mädel zur Hilfe nein es ist einfach so dass er eines Tages ich weiß glaube ich im Computerclub oder so alleine ist oder so und auf einmal kommt macht irgendwie alles wird elektrisiert bzw diese virtuelle Energie kommt aus dem Computer raus und ja du hast da ein kleines Mädchen die ist ungefähr so groß so ne und ja er sieht die und denkt erstmal was passiert hier was was ist in welchem Film bin ich gerade ist hier versteckte Kamera oder so tja ne das ist nicht der Fall denn sie ist echt und sie weiß gar nicht warum sie da ist und warum sie klein ist sie hat also quasi also nicht nur quasi sondern sie hat ihr Gedächtnis verloren oder sie hat einfach keins weiß man nicht so genau auf jeden Fall ist eins klar er versucht sie halt so ein bisschen zu schützen ne Schutzinstinkt kommt da raus ist es ist sie sehr klein also wirklich klein deswegen schützt man die auch gerne mal ist okay macht man mal ist sinnvoll meiner Meinung nach und er macht das auch wirklich gut sie ist aber halt so ein bisschen ja undankbar würde ich nicht sagen sie ist halt so Zündere mäßig drauf ne so typische Zündere so eigentlich eigentlich ist er ja ganz lieb aber er ist auch voll pervers und deswegen hasse ich ihn so in der Richtung und ähm er ist eigentlich nur ja ne Jungfrau wie so im Buche steht ne und deswegen wenn er da mal Mops sieht oder so dann ist da bei ihm schon ein Highlight aber das ist jetzt nicht so dass er einfach unglaublich ultra pervers ist oder so der ist dann einfach ein ganz normal Junge in dem Alter sag ich mal der ist jetzt nichts so wahnsinnig besonderes so und jetzt kommt dieser Moment wo man in so ein bisschen so eine so eine Romanze gerät wo sie dann so merkt ah er hilft mir und er ist eigentlich ganz nett oder er ist wirklich nett er kümmert sich um mich und ähm wir lachen können auch miteinander lachen so also ne also man merkt schon sie versucht da ein bisschen runter zu kommen von ihrem hohen Ross und ähm ja soweit so gut alles also hast du erstmal so das ist so die erste Hälfte und später aber er kommt ein Kumpel dazu von ihm sein bester Kumpel der ist so ein bisschen durch ne der ist so ein bisschen bisschen verrückt aber der ist ein bisschen ja ich weiß nicht wie ich ihn beschreiben soll er ist ehrlich gesagt er hat ähm ungefähr so bis zur Schulter so so etwas längere Haare blonde Haare wie mir scheint oder zumindest so so hellbraune und ähm er ist halt so voll so ey lass uns crazy Sachen machen lass uns die aufreißen und ich geb dir vorhin die Tipps wie mein Tussi aufreißen und so yeah aber eigentlich kann er nix eigentlich ist er ein totaler eigentlich auch ein Loser aber er tut sich halt ein bisschen toller machen als unser Hauptcharakter und anfangs mochte ich ihn nicht so ganz aber dann hab ich irgendwo gedacht hell eigentlich ist er auch irgendwo ne arme Wurst und ähm so unsympathisch ist er irgendwie nicht dazu bin ich dann zu dem Entschluss gekommen und irgendwann mal ab einem gewissen Punkt ich weiß nicht ob es gleich im ersten Band ist ich glaube gegen Ende vom ersten Band lasst mich nochmal kurz gucken ja gegen Ende vom ersten Band merkt man so wie diese ganze Thematik so ein bisschen um gestillt wird auf einmal ist alles gar nicht mehr so so Love Comedy Romance mäßig drauf wobei Comedy ist ja sowieso eher mhm also diese Romance Sache wird auf einmal dann so in den Hintergrund gelegt und die der Mangel kriegt eine ganz andere Grundstimmung und das ist interessant weil ich nicht genau weiß ab wann das tatsächlich passiert weil es gibt einen Moment der mir im Kopf äh ist gegen Ende vom ersten Band ähm weil der Charakter also sein Kumpel da ähm zu ihm nämlich äh den dieses kleine Wesen da bemerkt oder irgendwie sieht aus Versehen und er dann ähm sagt ey du mach das weg mach's weg das gibt nur Ärger das gibt nur Ärger und er dreht halt voll hohl und du denkst halt so warum ist denn der jetzt so krass drauf ist was hat der denn hat der weiß der irgendwas was er was du und der Hauptcharakter nicht weißt nee er ist einfach nur irgendwie total er sieht einfach dieses kleine Mädchen das ist nicht normal und das ist merkwürdig und das gibt nur Ärger das ist so in seinem Kopf drin und damit hat er wahrscheinlich auch nicht so ganz Unrecht aber ähm er hat ja eigentlich nichts worauf was auf seine Meinung basiert und das wirkt dann auch auf einmal so du hast das Gefühl er würde die am liebsten umbringen oder einfach nur wegwerfen oder irgendwas bösartiges machen und man ist halt schon so mit dem Charakter mit den Charakteren schon so ein bisschen warm geworden und ich meine das wäre auch einfach Unding die jetzt irgendwie zu killen oder sowas und das ist so ein bisschen dieses unwohle Gefühl was da auftaucht der Clou den ich aber eigentlich meine ist dass es genau schon vor dieser Szene ähm ohne dass irgendwas wichtiges passiert sag ich mal die Stimmung kippt aber in den Bildern und das ist das was interessant ist weil das breitet einen nämlich darauf vor was gleich passiert und das kann macht dieser Mangaka der Maya Miyazaki wo ich jetzt nicht weiß ob sie ob sie eine sie oder er eine er ein er ist das weiß ich jetzt nicht ähm wie immer eigentlich ähm aber ich muss sagen das hat mich dann doch gehuckt und ich wollte weiterlesen und ich hab weitergelesen ja bisher bis zum dritten Band und ich muss sagen es wird immer äh intensiver und ähm man ähm man muss glaube ich ein bisschen davon abwägen ähm der Mangaka hat ja bei uns dieses Cosplay Detective rausgebracht was nach mehr aussieht als es tatsächlich ist Cosplay Detective ist ein ziemlich banales Ding es ist nichts wirklich besonderes kein toller Manga hatte ich auch in der Manga Empfehlung oder oder hatte ich den da drin ich glaube schon und hab den da auch nix Gutes geheißen also es ist so so okay halt aber es ist jetzt nichts was ähm langweilige Storys und äh also es ist interessant weil das sind quasi diese ähm oftmals machen Mangaka noch so ein Band wo sie rausbringen ihre ganzen Storys die sie so im Kopf hatten aber nie irgendwie was Ganzes draus machen wollten sondern immer nur eine Kurzgeschichte quasi und das ist im Grunde dieses Cosplay ähm Detective was zwar ein super toller Zeichenstil äh hat wie eben halt auch Minimum selber ich kann es vielleicht mal ich ich weiß halt nicht genau was man jetzt zeigen darf das ist so ein bisschen mein Problem gerade ähm der Zeichenstil ist halt sehr alt und ähm warte mal ich muss halt ein bisschen ich muss ein bisschen aufpassen dass ich nicht Spoileritis hier mache der Zeichenstil ist halt sehr ja alt im alten Design gehalten aber das ist ein aktueller Manga tatsächlich und sowas finde ich cool wenn jemand die Eier hat zu sagen ich mache einen alten Zeichenstil der nicht so alltäglich und normal ist wie jeder Depp ihn auch schon macht ich sage das jetzt einfach bewusst weil ich es schade finde dass ähm so ein bisschen auch Individualität bei vielen ähm dadurch flöten geht weil jeder irgendwie so den neuen Stil durchmachen will und so weiter ne dementsprechend ähm allerdings äh hat es wahrscheinlich auch dazu gebracht dass es sich nicht so viele gekauft haben bisher und ja gegen Ende ähm nee ich will einfach nicht zu viel spoilern ich sage nur so viel ähm es gibt einen schönen Manga Vergleich jetzt vielleicht wenn ihr die Brutalität runterzieht und ein bisschen an die Thematik denkt und den Manga beziehungsweise die Serie die Anime Serie kennt ich möchte einfach dazu gar nicht viel sagen und es einfach im Raum stehen lassen aber es hat mich sehr an was wisst ihr was das ist kann man es lesen ganz mich sehr an ganz erinnert und damit las ich euch einfach mal ich sage ich werde nichts weiteres sagen das wird nur die Stimmung kaputt machen sage ich mal oder beziehungsweise das wäre Spoileritis ohne Ende das möchte ich nicht aber es hat mich an ganz erinnert wenn ihr ganz toll fandet wenn ihr ganz gut fandet ganz ganz gut dann unbedingt mal Minimum reinschauen wie gesagt es ist mehr als das Cover einem Glauben machen möchte sehr sehr große große dicke fette Manga Empfehlung und es wird auf jeden Fall in einem gewissen Maße Action reich und es hat auch einen Mystery Faktor warum ist die klein wer ist die wer hat sie so gemacht warum ist sie durch den Computer gekommen etc pp warum lebt sie ach so ja übrigens auch sie kann groß werden so groß wie ein normaler Mensch eben aber nur manchmal und ich glaube vor allem irgendwie abends oder irgendwie es muss halt ausgeruht sein und dann ist sie halt groß oder sowas irgendwie ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf aber das ist halt auch also was ist das was ist sie und sie weiß das selber nicht genau und auf jeden Fall Manga Empfehlung sowas von also ich hab in letzter Zeit selten so einen geilen Manga gelesen der mich so genau an dieser Stelle gepackt hat wo ich mich wo ich mich nicht mehr wehren kann ok kommen wir nun zu was anderem ihr habt mir einen Manga empfohlen einen Manga den ich unbedingt lesen soll und nicht aufs Cover achten soll und eigentlich muss ich sagen ich hab genau das gleiche dieses gleiche diese gleiche Reaktion gehabt wie beim Minimum wahrscheinlich andere so ich hab bei RRD aufs Cover geguckt und hab gedacht oh boy nach was sieht das wohl aus und dann sind so viele weibliche Leserinnen die das so toll finden aber ich muss sagen ich hab die weibliche Leserschaft da etwas verallgemeinert denn es gibt wahrscheinlich noch welche die außer Yowie noch was anderes lesen und durchaus in der Lage sind ernstere Themen und interessantere Geschichtsstrukturen durchaus ernst zu nehmen und da möchte ich mich ernsthaft noch mal entschuldigen weil das war von mir ein Vorurteil man darf auch nicht alle über einen Kamm scheren es gibt auch Leute die Yowie lesen und trotzdem Ahnung noch von anderen Manga haben und nicht nur Jojo und Yowie konsumieren und dann sagen ich bin der Manga sondern ne also ich bin mir schon das ist mir schon bewusst aber in dem Moment war es einfach so ist dir mal ehrlich guckt euch das Cover an ich hab so viele wobei ich glaube Yowie sind nicht halbwegs so gut gezeichnet ne aber ich kenn so viele Cover die so mit nacktem Oberkörper und yeah aber es ist ja eigentlich ok Fanservice für die für die Damenwelt warum nicht wenn für beide der Fanservice drin ist das ist doch eigentlich cool da hab ich auch selber nix dagegen ich find's nur schlimm wenn's irgendwie überwiegt also natürlich klar wenn's heißt es ist ein edgy shonen oder zenon dann ist natürlich klar dass es wahrscheinlich für die Damenwelt weniger dabei ist verständlich aber ansonsten ähm wär's mir eigentlich sogar immer recht wenn's irgendwie auf beiden Seiten sowas gäbe aber gut ähm gut wobei Mark and Key hatte auch mal so männliche ja ok genau kommt auf die kommt auf die Reihe an auf jeden Fall ähm ums jetzt nicht noch länger zu machen nach einer großen Katastrophe bedrohen krasse Mutanten das steht da echt das find ich immer wieder witzig die Menschheit um dieser Gefahr Herr zu werden wird eine Gefängnisinsel namens Area D errichtet wohin die gefährlichen Altert gebracht werden kurz Meteorit Meteorite fällt vom Himmel Lichter und auf einmal werden ganz normale Menschen zu super krassen Multifunktions Menschen sprich sie sind nicht mehr nur ein normal Mensch sondern sie sind halb alien irgendwie scheinbar oder sie haben zumindest eine extrem krasse Kraft und werden deswegen Altert genannt und dieser Altert da ist halt wahrscheinlich schon der ein oder andere beschissene Typ keine Ahnung Massenmörder ein Vergewaltiger ein dummer Spast der jetzt auf einmal Kraft hat Kräfte hat die er vorher nicht gehabt hat und die haben sich wahrscheinlich teilweise dann so ein bisschen gegen die Menschheit gestellt und dann gab es halt großen Zoff und bla 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 und irgendwie hat es die Menschheit geschafft diese eben halt zu fangen und zu sagen so in normales Gefängnis bringt es nichts euch zu stecken wir gehen mit euch zusammen mit diesem riesigen Schiff das ihr da seht auf die Gefängnisinsel Area D so und es dreht sich halt um einen Hauptcharakter der eben halt eine dieser Fähigkeiten besitzt und diese Fähigkeit ist mit einer Hand wenn er irgendwas berührt das in Atome oder in also ihn aufzulösen auf jeden Fall oder zu ja ich sag mal zu auf den Ursprungspunkt zurückzubringen oder so also stellt euch vor er berührt eine Kette und die Kette zerfällt einfach in seine Einzelteile so oder ein Tisch und der Tisch zerfällt in das wie er zusammengesetzt wurde das ist seine Fähigkeit und dieser trifft auf diesem Schiff darauf halt andere Leute wie zum Beispiel einen Typen der sich nach und nach eben halt weil es auf diese Insel geht und auf dieser Insel dann 100 pro Leute sich zusammensetzen und weil es ja ums Überleben geht dort auch und man kennt es ja auch so Gefängnisinsassen tun sie auch gerne mal in Gruppen zusammensetzen und bilden und er versucht halt die krassesten dort zusammenzufinden für sich für seine Zwecke beziehungsweise einfach um überleben zu können einfach er ist nicht dumm und er ist ziemlich smart und unser Hauptcharakter gehört halt nicht in dieses Schema X rein und dann ist es aber so dass eine komische Dame die durch die Wände kann ja zu unserem Hauptcharakter sagt also irgendwie gibt es einen Kampf gegen so einen ja rowdy so einen bösen dicken kräftigen Spacko der ihn halt kaputt hauen will weil er irgendwas Schlimmes gemacht hat jetzt schlimm dass ich es schon wieder halber vergessen habe aber also ich will es euch nur so grob erklären jetzt und der rennt halt dann will halt abhauen weiß aber nicht wohin in diesem Schiff und diese eine die durch die Wände reisen kann kommt auf einmal zu ihm wie so eine Fee und meint hey geh da den Weg und den Weg und den Weg und befreie mit deiner Kraft diesen einen Typen diesen besonderen Altert weil dieser Altert der ist ja eine ziemlich hohe Nummer und die werden in den einzelnen Kanistern quasi verfrachtet Container Entschuldigung nicht Kanister Container okay und er rennt da halt hin als letzter Ausweg was macht er er öffnet es natürlich und er der Altert da drin das ist er hier er will erstmal überhaupt nicht gegen ihn kämpfen schafft es dann aber durch seine das was er sagt und das was er tut ihm ja sagen wir mal Gehör zu schenken und dann kommt er halt doch raus und fuckt shit ab der ist einfach mal ziemlich badass und ziemlich stark ich will gar nicht mehr erzählen aber was allein schon in diesem ersten Band passiert ist richtig richtig geil was dann später passiert sie kommen noch in der ersten Band gegen Ende kommen sie noch auf die Insel und man bekommt schon mal so ungefähr eine Ahnung was da auf einen lauert also der Manga ist dreht sich um Survival ja da kann man jetzt mit sämtlichen Sachen kommen ich kann aber nichts jetzt sag ich mal als Empfehlung oder als Gegenbeispiel oder als wenn du das gelesen hast dann lese Area D sagen was ich nicht kenne deswegen kann ich nur Sachen sagen wie Cage of Eden ist ein englischer Manga der dreht sich sehr um Survival also um Überlebenskampf ähm Tomb hab ich mal ein bisschen reingeguckt ich weiß jetzt nicht genau inwiefern das kombinierbar ist aber hat auch was mit Survival zu tun deswegen ähm würde ich das auch dazu zählen wobei nicht ganz so genau weil Area D ist da dann noch nochmal ein Ticken anders ähm an was es mich auch irgendwie ein bisschen erinnert hat ist tatsächlich an ähm Danganronpa aber nur ein bisschen vor allem glaube ich wegen dieser wegen diesem einen Hasen der mich sehr an diesen einen Teddy erinnert just saying aber ich finde ihn cool ich mag ich mag diesen Charakter unglaublich ich liebe sowas ähm das ist so dieses typisch japanische was man einfach ah man muss es einfach lieben und man hasst es und dann lasst man es ähm oder was gab es denn noch ähm ich versuche gerade noch was rauszufinden an was hat es mich noch erinnert ah Battle Royale natürlich Battle Royale wer den Manga oder den Film von mir aus auch kennt viele Leute auf einer Insel und ähm es werden Spiele gespielt oder Kämpfe ausgetragen und so weiter und ähm ja Ziel ist es dass von diesen bösen bösen Menschen die dort sind nicht allzu viele überleben sollen wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar gar keine mehr das ist vielleicht wahrscheinlich auch der Plan so und ähm der Mangaka ist ähm naja Yang Kyung Il und die Story hat geschrieben Kiyonichi Naratsuki der Mangaka also der Zeichner ist der gleiche der auch das hier gezeichnet hat und zwar Shin Angyo Onji ein Manga den ich sehr sehr geil fand aber einfach aus irgendeinem Grund mal irgendwann aufgehört habe ich habe immer gesagt das vergleicht sich sehr mit Berserk er hat einen sehr interessanten Stil und man merkt auch so ein bisschen er hat so dieses typische was mir eigentlich sehr sehr gut gefällt eine Mischung ähm vom Zeichenstil aus Manwa und Manga und das finde ich interessant weil es ist nicht so dieses typische Manwa aber auch nicht typisch Manga sondern es ist wirklich ein Hybrid aus beidem und das macht es mal interessant und da habe ich mir mal gedacht okay das lese ich aber offiziell ist Area D und auch Shin Angyo Onji trotzdem nach wie vor unter der Kategorie Manga und nicht Manwa zu finden weil auch wenn man dem Namen vielleicht nicht glaubt ähm Yang Kyung Il ist ähm Japaner er ist glaube ich Koreaner wenn mich nicht alles täuscht ach dann ist es ja sogar mein Manhua ah ne Manhua Manhua ist ein chinesischer Manga stimmt Man Manhua ist koreanisch ja Entschuldigung ich komme da immer wieder durcheinander Yang Kyung Il ist aber ein Japaner auch wenn er ähm teils koreanische Wurzeln hat aber er lebt er stammt er wurde glaube ich geboren in Japan und er lebt in Japan so ungefähr er ist ab und zu mal in Korea aber er lebt in Japan so war das ungefähr ich meine das mal gelesen zu haben bei einem Shin Angyo Onji Band auf jeden Fall geil ähm schade ist es halt ein bisschen muss ich halt muss ich halt dazu sagen das ist was wo ich glaube ich bei jedem Carlson mich aufregen werde ähm es ist super wichtig diesen ganzen äh diesen ganzen äh Werbekram hier hinten drauf zu haben und äh die eine Seite Fame äh oder die eine Seite die unser ähm Mangaka uns mitteilen möchte die wird halt ignoriert schade schade wie gesagt das ist was was ich bei Carlson überhaupt nicht leiden kann aber nun gut ähm das war auch mal anders hier bei Kim Jong Un äh Kim Jong Un sag ich schon guck mal hier bei Shin Angyo Onji gab es das auch hier gab es sogar noch ein Zusatzteil mit Hintergrundgeschichte und so weiter schade schade dass das heutzutage ja so um vieles wichtiger ist äh weil die Leute ja alle kein Internet haben wir haben ja kein Internet wir brauchen dieses jedes Mal nochmal erinnern und so Defense Devil soll auch ist ja auch von ihm gezeichnet und ähm so wie mir auch wie ich es gerade sehe ist es vom gleichen von der gleichen Kombo wie bei Shin Angyo Onji tatsächlich bei Area D ist es ein anderer der die Story äh geschrieben hat ja okay egal auf jeden Fall Area D super geil ich hab so Bock auf den zweiten Band und es ist schon wieder so viel zu kaufen ohne Scheiß aber so ist es halt also super krasse mega Empfehlungen an diese beiden Werke Minimum an Area D in der letzten Zeit hab ich selten sowas wirklich geiles und unterhaltsames im deutschen Bereich lesen dürfen in diesem Sinne danke fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat ihr wisst bestimmt irgendeine in irgendeiner Form mir das zu zeigen ansonsten ähm gehabt euch wohl wir sehen uns in irgendeiner anderen Folge ähm bis dahin und ich bin der René von der Meso Manga Tao bye bye